Hochwertige Stoffe, exklusive Handarbeit, kreative Ideen und spannende Nähkurse. All das erwartet Sie im Nähkästchen Köln. Wir führen eine vielfältige Auswahl an ausgewählten Stoffen. Von Jersey- und Sweatshirtstoffen über Baumwoll- und Dekostoffe bis hin zum Kunstleder. Sie finden bei uns Schnittmuster, Einzelstücke und jegliches Zubehör. Gerne fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben oder setzen Änderungswünsche um. Sie möchten lieber selber Ihr Lieblingsstück nähen? In unseren abwechslungsreichen Kursen lernen große und kleine Nähinteressierte die Fertigkeiten des Nähens. Besuchen Sie das Nähkästchen Köln. Gerne beraten wir Sie kompetent und unterstützen Sie bei Ihrem Nähprojekt.